Mein absoluter Lieblingsartikel Stomp Rocket. Zeige ich euch hier mal. Wir haben hier diese Raketenstation mit diesen Luftkissen und es geht einfach darum so fest wie möglich da drauf zu springen und umso fester ich drauf springe, umso höher gehen die Raketen. Das sind ganz leichte Raketen, die haben auch eine Gummikappe hier vorne drauf. Also selbst wenn das Ding mir voll auf den Kopf liegt, ich behaupte mal ziemlich ungefährlich. Es sind wirklich ganz leichte Raketen. Normalerweise macht das bitte auf einer Wiese, aber wir haben hier ein bisschen Probleme. Die Parks sind momentan zu. Darum machen wir das einfach mal auf der Straße. Ich zeige euch mal was passiert wenn ich da nur ganz leicht drauf drücke. Ich habe hier wirklich nur minimal drauf gedrückt. Den Winkel kann man übrigens einstellen. So und ich mache noch mal ein bisschen nur. So jetzt sind die Kinder natürlich nicht ganz so schwer wie ich, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen stärker drauf. Das macht einfach Spaß. Wer springt fest da drauf? Wer kommt höher? Wer holt die Rakete als nächstes? Ich mache jetzt mal einen richtigen Jump. Mal gucken, ob es die Kamera draufkriegt. Das Teil geht bis über 100 Meter. Okay, das Ding ist auf dem Dach. So was passiert auch. Also drum geht auf die freie Wiese und macht es bitte nur auf der freien Wiese. So und zack. Alles klar. Ich habe das Teil für 16,50 Euro. Drei Raketen, Station, alles mit dabei. Die Raketen die kriegt ihr auch zum Nachkaufen. Ich kann wirklich das schon ab 4 Jahre empfehlen. Das kann 4-Jährige, 8-Jährige, alle. Wir haben hier 9 bis 13 Jahre. Das nennt sich Extreme. Die ist einfach nochmal ausgestellt für die noch etwas massiveren, schwereren. 17,95 Euro mit sechs Raketen. Nicht drei Raketen. Dann haben wir das Special hier. Das Special, weil man eh Geschwister hat. Warum nicht? Wir haben hier gleich einen Doppelpack. So kann man richtig schön messen. Wer kommt höher, wer kommt weiter. 200 Fuß. Das andere geht sogar bis 400 Fuß. Weil die Raketen, die haben vorne Schaumstoff vorne dran. Und da liegen wir bei 27,95 Euro der Doppelpack. Ganz neu, diesmal von der Messe mitgekriegt. Mit drei Stuntkleidern. Und zwar haben wir drei verschiedene. Wir haben einer, der macht Loopings. Einer, der sich dreht. Und einer, der wirklich schön gleitet. Also mit drei Fliegern. Special Edition 36,50 Euro. Ich hab wirklich in allen Jahren, wo ich diese Stunt Rackets verkauft hab, noch nie eine Reklamation gekriegt. Und darum kann auch ich mit meinen 100 Kilo hier dementsprechend drauf gehen. Zum Abschluss riskieren wir noch eine Rakete zu verlieren. Ich hab übrigens grad die Rakete zurückgekriegt von jemandem, wo hier vorbei gelaufen ist. Die ist also nicht auf dem Dach gelandet. Gar nicht. Und guckt, ob du sie draufkriegst. Okay. Eins, zwei. Okay. Bang. Geiles Teil. Holt euch das. Für Ostern, für Paus. Einfach Hammer. Ciao, ciao.